Moin so Leute und willkommen zurück bei Let's Play Amnesia und hier fehlt jemand, nämlich der Julian fehlt. Wir hatten keine Zeit gefunden Amnesia aufzunehmen, weil er nämlich noch im Urlaub war die letzte Woche. Und deswegen kam auch gestern keine Folge, ich hatte auch noch ein bisschen zu viel zu tun mit anderen Projekten und Planung und so weiter. Ähm, deswegen kommt heute halt ganz normal die Folge. Äh, vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube nicht allzu lang. Ähm, wir wollen auch ein anderes Headset, weil mein anderes, mein normales leider kaputt ist, also könnt ihr hier nie sehen, weil ich ja da mal mit den Kopfhörern spiele mit Julian. Ähm, aber egal. Wir waren auf jeden Fall jetzt hier bei dem Rätsel, wo wir nicht weiterkamen. Und, ähm, wir nehmen mal kurz die Stäbe wieder raus, weil es ist nämlich jetzt so, und da wir nicht weiterkamen, hat uns ein Zuschauer mal gesagt, wie das Ganze funktionieren muss. Ähm, also wie die Stäbe angeordnet werden müssen, eigentlich haben wir ja so ziemlich alle, äh, ja, Optionen durchprobiert. Ging aber nicht, und deswegen probieren wir das jetzt mal nach seiner Anleitung. Ähm, das war der Zenith oder sowas, vier Phasen und Strömungskreislauf. Muss ich erst einmal kurz nachgucken. Ähm, mhm, 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 also er hat geschrieben, erstmal hat Julian recht. Ähm, auch wenn er es nicht meinte, aber von den 25 Kapiteln habt ihr immerhin schon 12 geschafft. Na, immerhin. Beim zweiten kann ich euch auch helfen, und das ist gar nicht so schwer. Die Stäbe sind falsch zugeordnet. Der Strömungskreislaufstab gehört dahin, wo der Kreis abgebildet ist. Strömungskreislaufstab? Zum Kreis, bei der ich mir mal ein bisschen an die Nase fasse und reibe, dann liegt es nicht daran, was ich meine Nase so geil finde, sondern dass die ein bisschen kribbelt, weil ich nämlich eine Pollenallergie habe. So, der ist also da. Nicht, dass auf einmal hier ein Monster von hinten kommt. So, das ist jetzt soweit richtig. Der Vierphasenstab gehört dahin, wo das Quadrat ist. Ja? Der Vierphasenstab zum Quadrat. Vierphasenstab zum Quadrat und dann... Alle Stangen sind an ihrem Platz. Okay, er hatte recht. Da haben wir wohl genau diese Mischung nicht probiert. Boah, und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, hier alleine durchzustampfen. Also ich merke schon, dass ich mega... Ja, nicht mega, aber ich habe schon ein bisschen... ...flaues Gefühl im Magen und auch Gänsehaut an den Beinen. So, jetzt müsste ja der Fahrstuhl laufen. Ich gehe nochmal eben kurz wieder runter. Ach ja, genau, hier ging es heraus. Ähm... Vielleicht musste ich ja noch jetzt irgendwas aufdrehen oder so. Bevor ich das jetzt ganz vergesse und dann wieder hierher laufen muss, kontrolliere ich das lieber gleich. Aber ich glaube, weitere Sachen konnte man hier gar nicht aufdrehen. Oh, diese Musik, ey. Das ist vor allem jetzt noch schlimmer mit den richtigen Kopfhörern. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das mit meinem 7.1 Headset ist. So, dann gehen wir wieder in die hintere Halle. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Okay, genau, mit F war ja hier unsere Lampe. Okay, da war die Tür, alles klar. Okay, jetzt müsste der Fahrstuhl im Prinzip laufen. Boah, ich habe keinen Bock da hochzufahren. Es funktioniert nicht, willst du mich verarschen? Boah, jetzt müssen wir nochmal rein. Auch wenn ich ab und zu mal ein bisschen hochziehen muss. Alles an den Wegen der Pollenallergie. Okay, diese Tür war eben definitiv nicht auf. Und das wundert mich irgendwie schon ein wenig. Ich meine, so habe ich sie nicht aufgemacht. Ach, das war doch schon wieder. Das war aber okay. Bin ich der Meinung. Das lässt sich vor allem auch nicht mehr verstellen. Das ist schon in der richtigen Position. Also ich probiere gerade rum zu rütteln. Aber es geht nicht. Muss also irgendwie... Ah, der fehlt noch. Der lässt sich auch nicht bewegen. Der aber auch nicht. Nur der ganz recht, ey. Lies sich bewegen. Ich weiß auch jetzt dummerweise die Kombination nicht mehr. Von daher werden wir das so ausprobieren müssen. Wir wissen das jetzt hier. Äh, eins und fünf sind sechs und zwei sind sieben. Drei und äh, fünf sind acht. Und dann da wären es nochmal vier. Ich denke irgendwie jetzt jedes Mal, da kommt irgendwas. Vielleicht ja so. Das waren dann jetzt sechs. Dann nochmal zwei drauf sind acht. Und das sind dann jetzt zehn. Und drei und fünf sind acht. Wir können es ja mal so versuchen, also. Hm. Diese Stimme ist immer besonders schön. Oh Gott. Professor Taylor war der Zweite für dessen Tod, der er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Ich sollte hier die Lampe nicht zu viel benutzen. Also irgendwie so alleine sind Horrorspiele echt nichts für mich. Funktioniert nicht. Also legen wir den Schalter nochmal nach oben. Das war komisch. Very komisch ist das. Hm. Ah, hier ist noch niemand. Sehr gut. So, und dann haben wir jetzt mal drei oben und drei unten. Einmal kurz zum Licht gehen. Haben wir noch irgendwas? Nein. Das kann natürlich sein, falls es jetzt immer noch nicht gehen sollte, dass wir einmal wieder nach unten gehen müssen zu diesen Zahnrädern, dass da irgendwas noch nicht so ganz richtig ist. Ich habe gerade irgendein gleiches Stolgeräusch aus dem Kopfhörer. Das heißt eigentlich, dass ich eine Nachricht bekomme. So, mal sehen, vielleicht geht es ja jetzt. Funktioniert nicht. Also müssen wir wohl, oder wie will, irgendwie in diesen doofen Maschinenraum natürlich nochmal. Aber halt ein bisschen weiter nach unten gehen. Zu den Zahnrädern anscheinend muss ich doch noch irgendwas aufdrehen, weil die Stäbe sind auf jeden Fall richtig und ich habe gerade durchgehend irgendwie Gänsehaut. Das kann ich jetzt so gut gerade nicht sehen. Leute, ich mache mal eben kurz diese Tür hier zu. Das gibt mir irgendwie ein bisschen Sicherheit. Kann aber auch mein Verhängnis sein, wenn jetzt hier irgendwas lauern sollte, dass ich die Tür erst einmal aufmachen muss. So, wir gucken mal eben hier nach. Ach ja, genau. Das hier war der Raum. Vielleicht war hier noch irgendwas, was ich einfach übersehen habe. Ich eigentlich war nicht... Ich kann die Stäbe auch nicht mehr nehmen. Das muss also richtig sein. Ich hoffe mal, dass jetzt einfach mal nichts Schlimmes weiterhin passiert. Also, um ehrlich zu sein, der liebe Rammelbammel, von dem hier in meinem Kommentar war, der uns da geholfen hat, meinte ja auch, dass wir eben schon im zwölften Akt sind von 25. Dann haben wir ja schon mal die Hälfte. Fast. Muss ich noch viel Kohle nachwerfen? Nee, es brennt. Vielleicht sich auch nicht mehr bewegen. Aber da muss irgendwas noch fehlen. Weil das dreht sich nicht. Okay. Ich musste einfach nur diesen scheiß Hebel da betätigen. Und immer, wenn das so aufleuchtet, gibt mir das irgendwie das Gefühl, Oh nein, nicht das schon wieder. Nicht für dieser rote Schleim. Hier ist garantiert irgendwas. Oh Gott. Warum das denn? Leichte Kopfschmerzen. Einige Wunden bluten ziemlich stark. Hm. Kann ich leider nichts machen. Tut mir leid. Aber ich stand nirgendwo drin. Oh Gott. Ah, hier ist noch mehr. Boah, das geht mir tierisch auf den Sack, ey. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwann... Oh, fick dich, du scheiß Ding. Äh. Kann ich durchlaufen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass irgendwann, wenn wir beide Teile vom Amnesia geschafft haben, dass da noch ein weiteres Horror Game kommen wird, außer ihr wollt es unbedingt. Dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welches Horror Spiel und ob dann wieder mit Jürgen oder alleine. Ähm. Ach, du Scheiße. aber ich bin mir da nicht ganz so sicher und ich muss jetzt erstmal da jetzt zum zum Fahrstuhl. Boah. Also ich glaube, zwei Folgen alleine hätte ich endlich durchgehalten. Ich hätte ja mal ein Handy mal lieber auf Blutmodus-Stimmen stellen sollen, weil ich die ganze Zeit Stillgeräusche dadurch empfange auf der Kopfhörer. Er abnutzte schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und ragsabbrochen auf den Begriff durch das geworfene Glasfügel. Lalalalala. Kennen wir schon. So. Boah, ich hätte mal einen Maul da jetzt. Boah, Alter, ich will hier nicht raus, ganz ehrlich. muss ich irgendwie anhalten oder so, oder was? Oh, na. Wie schwer, dieser Doppus-Schleife. Ähm. Ähm. Ähm, ähm, Alter. Ich glaube, so schnell soll ich jetzt nicht gehen. Da ist irgendwas falsch. Er ging vorsichtig über das unbekannte Land und sah über seine Schulter zu seinem Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempel seines Huts wie zum Abschied. Und hoffentlich verabschiedt sich im Lazer nicht, weil das hat nämlich gerade keine Rückmeldung. Schade. Gott, Alter, wo sind wir jetzt hier? Boah, ich will hier nicht weiter. Okay, der Aufzug ist abgestürzt. Ich meine, da hätten wir auch zerquetscht werden können und das wäre mir auch, um ehrlich zu sein, lieber gewesen, als hier noch weiterzuspielen. Uh-oh. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okay, wir müssen irgendwas kurz hier die Balken zur Seite räumen. Und hier ist ansonsten alles safe. Ich muss mein letztes Licht hier anmachen und einmal kurz am Kopf kratzen. So, kann man irgendwie hierher balken. Ah, so geht's auch. Ah, hier weint irgendjemand. Ähm. Ich muss den Stein da mal ein bisschen wegschubsen. Komm, Stein, gehen wir weg da. Boah, alter. Ernsthaft? Alter. Ich will da nicht längs. Unser Öl ist auch schon wieder zur Hefe leer. Ich wette, da passieren gar nicht so schlimme Sachen. Es ist einfach immer nur diese Kulisse. Toll, wo jetzt längs? Ich gehe weiter gerade aus. Oh Gott. Licht aus. Boah, da haben sich mir aber die Eier zusammengezogen. ist ja Boah, Alter. Alter. Boah, alter. Ich muss da längs. Was ist zu hier? Aber wie ist es, wie so eine Zunderbüchse? Die hätte ich gerne. Ich muss da irgendwie längs. Boah ey, ne. Das ist doch nicht an Ernst. Ah, einiges geschnitten wurden in blaue Flecke. Passt schon. Hoffentlich ist er jetzt weiter gegangen. Wer war hier gerade? Ach, Öl. Jedoch korrodiert und weist einige Schwachstellen auf. Habe ich irgendwas zum Aufbrechen? Vielleicht mit dem Handbohrer? Ne. Ah. Eine Nadel? Nein. Kann ich da rein? Ja. Puh, mal kurz zumachen. Nein, ich will zumachen. Lass mich rein. Wo ist sie? Wo ging sie? Nein. Oh, Tell. Ich werde dir nie sagen. Du machst einfach Dinge schlimmer. Schau. Das ist kein Platz für eine junge Frau oder sich selbst. Sie könnte sie oder schlimmer sein. Es gibt keine Ahnung, welche Horrors da draußen erwarten. Du kommst da hin. Boah ey. Ich überlege gerade echt eine kürzere Folge zu machen. Und dann dieses wunderschöne Spiel Julian weitermachen zu lassen. Ja, wir haben jetzt gerade einen Meißel gefunden. Und mit diesem Meißel können wir jetzt vielleicht... Es ist noch etwas anderes nötig. Schade. Hier läuft irgendwas. Oh, Alter. Oh, oh. Da ist genau ein Monster vor der Tür. Der ist genau da an der Tür. Na geil. Ernsthaft. Ja. Ja. Das ist egal. Der Kopf dröhnen und die Hände zittern. Aber das Drecksvieh ist da genau. Einmal kurz das Licht anmachen und gleich wieder aus. Das ist wieder gut, dann kann ich wieder ausmachen. Boah ey. Boah ey. Nein, Mann. Das ist alle. Wir haben noch zweimal. Na, komm. Er war irgendwie kurz hier. Dann hat sich dann entschieden, uns doch nicht zu essen. Aber, Mutter. Ich will nicht ohne dich gehen. Hör auf, Kinder. Du musst gehen. Find Gabriel, der Unterrichter. Und sag ihm, dass du den Königs Mann alerten kannst. Nein. Du kommst auch. Bitte. Wir haben keine Zeit, um das Loch mehr zu machen. Aber... Naja. 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 Wir können das Bett verschieben. Aber... Gefängnis Nordblock. Ich überlege gerade, ob wir da jetzt echt reingehen sollten. Weil eigentlich haben wir noch die andere Türen. Wir haben noch ein paar Zimmer, die wir nicht abgeklappert haben. Aber komm. Das Loch ist zu schmal, um ihn durchzuschlüpfen. Warte mal. Da war gerade eine Notiz. Wie kamen wir da nochmal rein? Hehe. Voll Profi hier. Ähm. Hallo. Ah. Ähm. In einer der Zelle ist ein Loch im Boden. Es ist... Aber es ist zu klein, um ihn durchzuschlüpfen. Okay. Eine der verschlossenen Gefängniszellen hat ein leicht zu öffnendes Schloss. Es ist sehr schön. Und ich muss mal ganz kurz was trinken. Tut mir leid. Warte. Wo sieht man die Marke nicht? Da sieht man sie nicht. So. So. Tut mir leid. Oh Mann. Puh. Okay. Wir müssen hier also wieder raus. Äh. Hier waren wir eben. Dann gehen wir mal nach links. Boah. Ich hoffe immer, dass meine eigenen Schritte... Schritte immer. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ja. Ja. Von hier... Von da kommen wir. Alter. Nicht, dass diese scheiß Viechung jetzt hinter uns ist. Boah. Oh. Da ist er. Da. Nimm auf. Es ist fest verriegelt. Okay. Wie viele Buchsen haben wir? Drei. Okay. Das heißt jetzt hier waren wir also schon. Naja anscheinend doch nicht ganz. Was ist jetzt los? Ähm. Hallo? Warte mal. Eine medizinische ausgestattete... ...Arm... ...Armschiene. Um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Ein paar Schnittwunden und blaue Flecke. Das ist eigentlich noch völlig okay, würde ich sagen. Ah, ich bin ja schon mal im Licht. Gehe ich jetzt halt hier längs, aber... Von da unten kommen wir. Und da müssen wir nämlich hin. Es quietscht gerade so schön. Also irgendwas fehlt. Ach, mir fällt übrigens gerade ein... ...ich kann gar keine Überlänge machen. Also... ...bei mir hat etwas Überlänge. Aber... ...die Folge hier wird wohl keine Überlänge haben. Aus dem einfachen Grund... ...dass ich noch... ...was anderes aufnehmen muss. Ob das auch... ...fertig sein muss zu heute. Ich finde diesen scheiß Weg nicht. Hm. Hier wird immer rumgeheult. Also irgendwas fehlt noch. Hier können wir auf jeden Fall nicht längs. So. Ja, ja. Schrei du mal. Hier war eben das Monster... ...und hier ein festes Schloss. So. Theoretisch heißt das... Okay, wir sind eingesperrt. Aber ich finde irgendwie nichts... ...damit ich diesen scheiß Meißel benutzen kann. Der Meißel würde uns ja schon mal helfen... ...erst mal bei diesem... ...blöden Loch. Aber auch... ...bei der verschlossenen Tür. Ich muss jetzt echt mal kurz ein bisschen ohne... ...ich kann auch da irgendwas nehmen. Ja, ich muss mal ein bisschen öfter ohne Legkletter spielen. Ist da noch irgendwas? Nein. So, ich habe jetzt nur noch ganz, ganz wenig Öl. Aber ich habe noch zwei von den Anzündern. Also irgendwo muss ich das ja finden lassen. Diese Tür ist zu. Dann gehe ich nochmal eben an die Tür weiter. Hier drin habe ich ja den Meißel gefunden, aber... ...ich habe keine Ahnung, wo ich denn... ...das andere Stück zu finde. ...er finde. Hohe Nadel. Also ich kann... Ne, ne. Hm. Oh, da oben ist Licht. Ich will hier raus. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist jetzt nochmal kurz... ...ein Stückchen zurück zu gehen, aber... ...ähm. Wir machen es jetzt mal so. Da vorne... ...ist nämlich ein Monster garantiert. Sonst wäre er jetzt nicht so komisch, äh... ...überbuff, ne. Ach, hier ist irgendwo ein Tierchen. Fick dich, Tierchen. Fick dich, fick dich. Äh. So. Ähm. Deswegen... ...nächste Woche wird auf jeden Fall der Yu-Gang wieder dabei sein. Und dann... Äh. Ich möchte ja auch mal, dass der ein bisschen Spaß an diesem Spiel wieder hat. Und deswegen überlasse ich ihm mal... ...das... ...ne Monster hier. Das Abteil. Und deswegen... ...fehler fürs zu gucken. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein! ...육leer Teil. zu sehen. Vielen Dank.